Was? Was denn? Wenn ich hier die Wand schieße. So. Hören die Pfeile. Kannst du nicht mehr mitnehmen? Hast du hier ein Ping-Signal? Ich hab hier nix. Kein Wuppern. Ja, so. Vielleicht aber... Ja, ich hab was in die Back zu legen. Mhm. Glaub ich sie nicht. Auch da mit. Doch, zwei wo ich ja alle Teile habe. Und der Bot ist zurück. Stimmt, den hab ich glaub ich auch, ja. Handwaffe zur medizinischen Hilfe. Ah ja. Ja. Sieht doch richtig an. Eine Handwaffe zur medizinischen Hilfe. Ja. Make us whole. Mach uns ganz, ey. Okay. 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 Ich hab mit den Knopf. Wir müssen drücken! Wir müssen den Knobby drücken. Ich versteck mich. Die kommen jetzt zu Ballros dann Ja, war klar Okay, da 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 Was? Raketenwerfer Oh lol Soll ich die Sache jetzt wieder reinlegen? Ja Ach komm schon Ist raus, freut als freu Hilfe Soll ich die Sache jetzt wieder reinigen? Was ist das? Ich habe die Fakt entdeckt. Nein. Das war aber eine Marke rausbeutet doch. Warte, war da viel drin. So, nur ein Zielfernrohr oder so. Und ein paar Kisten und so. Ah, das ist Wuppert. Ihr Wuppert hat? Ja. Textnachricht. Nein, nein, nein. Er hat alle Lebensmittel ruiniert. Sarge, haben Sie gehört? Putsch, es ist alles Putsch. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Was soll das denn heißen? Das Fleisch ist überall um uns herum. Leckeres Fleisch. Finger und Zehen und Nasen. Pferde. Wo wollen Sie hin? Was ist denn in Sie gefahren? Hey! Jeder muss verstehen. Sie müssen wissen. Sie müssen essen! König. Sie müssen in Sie machen. Alle. Sie müssen uns nicht überschneiden. Sie müssen nachdenken. Sie müssen nachdenken. Sie müssen nachdenken. Die Cäle zu verletzen. Sie müssen nachdenken. Sie müssen nachdenken. Untertitelung des ZDF, 2020 Fertig Botti Ne, dein Botti läuft auch hier rum Ich glaube, die finden nichts Die haben euch halt einfach nur zu gerne Das ist richtig Die wollen halt nicht von euch getrennt sein Gönnt denen das doch auch mal Die schießen Äh, wie soll denn das gehen? Das ist halt hier und da ein bisschen was zusammengeklebt Und dann Ja, oben Oben Revolver drauf und unten Maschinengewehr dran geklemmt Warum nicht? Und oben runter Und oben noch ein Zielfernrohr, damit ich auch ein Fernrohr schicken kann Von der Theorie her absolut unmöglich Maschinengewehr ist automatisch Und Revolver ist Handladen Das sind zwei Waffen aneinander Hier, warte auf Partner Das ist wie so ein Maschinengewehr mit so einem Granatwerk unten dran Nur halt da nicht ein Revolver mit einem Raketenwerk unten dran ab Und wir fahren wieder mit einem Aufzug So 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 geh rum. Smarty Gehl. Hast du? Ja, hab ich schon längst aufgesammelt. Gestern schon. Ach, komm. Oh, gestern schon. Das ist richtig. Was? Das ist genau. Warum hat der General uns hierher geschickt? Junge, ohne MAMF kein Kampf. Ohne Nahrung und Waffen würden wir keine Woche auf diesem Planeten überleben. Lamly hat beides. Na komm, ich bin aufgeregt. Oh, hier ist nix mehr. Aufzug fahren. Hab ich nie gemacht. Nicht aufzug kaputtschießen. Wir brauchen den noch. Hast ja gar nicht mehr ne coolen Anzug, dann zieh der mal den anderen wieder an. Äh... Kalt. Ist egal, der hält da bestimmt aus. Zieh den anderen gleich an. Der war dann grünst übrigens.